Der nächste Film aus der Reihe Das Leben auf unserer Erde am kommenden Freitag um 19 Uhr zeigt die Vielfalt der Insekten, die sich zusammen mit den blühenden Pflanzen entwickelt hat. Zu dieser Reihe ist unter demselben Titel ein Buch erschienen. Es ist im Buchhandel erhältlich oder über die TR Verlagsunion, Postfach 8000 München 26. Und nun, meine Damen und Herren, laden wir Sie wieder ein zu einer Dreiviertelstunde mit Loriot. Ich wünsche Ihnen dazu gute Unterhaltung.